So, war es ja auch geplant. Und dann gehe ich erstmal schlafen. So, ich muss hier noch Laternen machen auf die Seite. Kommt dann später noch. Zäune habe ich ja auch am Start. Und Laternen habe ich ja auch. So, und hier die Bücherregale, die kann man einfach hier so an die Seite machen. So vom Bett. Das wäre halt so wie ein Nachttischchen. Ja, obwohl ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schön finde. Mache ich vielleicht noch anders später. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht. Finde ich jetzt doch, glaube ich, nicht so schön. Dann baue ich die erstmal wieder ab. Dann probiere ich das vielleicht mal anders. Das könnte man natürlich auch so machen hier. Wenn es halt so ein bisschen Abstand hat. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so schön finde. Vielleicht hier noch ein Bücherregal hin und dann auch hier nochmal so ein Bücherregal hin. Ja, aber sieht jetzt auch nicht so toll aus. Reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Vielleicht so an die Seite mit den Büchern. Das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. So, das reiße ich dann mal wieder weg. Ja, die kann man vielleicht so hier an die Wand machen. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. So, und hier noch ein bisschen, und hier noch ein bisschen. Das reißen wir dann erstmal weg. Und dann kann man das hier vielleicht auch so an die Wand machen. Dann hätte man da auch so ein bisschen Abstand. Geht vielleicht auch. So, mal gucken. Ich wollte hier noch so ein paar Laternen machen. So zwei Stück. Machen wir mal eben. Dann muss ich es aber natürlich auch abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Okay, und dann sechzehn. Dann müsste es ja hier hinkommen. Dann muss ich das hier glaube ich mal weg machen. Und dann waren die ja glaube ich so fünf hoch. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und dann hatte man das ja so gemacht. So, hier müssen dann erstmal so die Blätter wegkommen. Den Baum reiße ich vielleicht später nochmal weg. Dann würde ich auch das Bienennest noch versetzen. So, aber hier kommt dann die Laterne hin. Und auf die andere Seite natürlich auch. So würde ich ja auch nochmal so ein bisschen Erde anbringen. So, hier eins, zwei, drei, vier und fünf. Hätten wir das mal gemacht. Und dann kommt hier die Erde wieder weg. Und dann natürlich noch ein paar Zäune angebracht. So, und hier auch nochmal so ein Zaun hin. Und dann kommen auch hier mal die Laternen hin. Ja gut, sehe dann so aus. Kann man schon machen, denke ich. So, hier kann ich nochmal so ein bisschen Erde anbringen. Genau, und ich glaube, das sieht auch ein bisschen schöner aus, wenn man halt so ein paar Laternen hat. Dann hat man auch so ein bisschen Abwechslung. Kann man schon machen. So, vielleicht nochmal hier so ein bisschen Steinziegel rein. Einfach nochmal zur Abwechslung. Habe ich eigentlich die bemusten Bruchsteine noch? Ich schaue mal. Dann packe ich da vielleicht noch so ein paar rein von denen. So, bemusten Bruchsteine. Ich habe auch noch ein paar Ranken. Dann kann ich mir auch noch so ein paar davon machen. So, jetzt haben wir sechs Stück von denen. Die würde ich dann auch mal hier so an die Seiten rein machen. So, einfach nur für die Varianz so ein bisschen. Und hier noch ein bisschen was. Und auch hier noch so ein bisschen was. Ja, und dann könnte man hier so an die Seite noch so Steinziegel machen. Ja, gut, sehe dann halt so aus. Kann man schon machen, denke ich. Ja, den Baum reiße ich vielleicht mal weg. So, das hier hat ja Behutsamkeit. Dann kann ich hier mal das Bienennest abreißen. Ja, und das setze ich dann erstmal so hierhin provisorisch. So, da haben die Bienen bestimmt auch nichts gegen. So, und hier wird der Baum einfach mal weggerissen. So, mit der Hacke kann ich auch mal die ganzen Blätter hier wegmachen. Dann sammeln wir auch noch so ein paar Sitzlinge ein dabei. Geht bestimmt auch mal ganz gut. So, und hier kann ich das Ganze nochmal so ein bisschen mit Erde auffüllen. Weil der Weg, der wird dann natürlich hier weitergehen. Und der führt dann in den Dschungel rein später. Habe ich noch ein bisschen Bruchstein. Ja, sechs Stück, aber ist jetzt auch nicht so viel. Weil dann kann ich den Weg noch ein bisschen andeuten damit. So, aber hier wird das auf jeden Fall auch mal hier dicht gemacht. So, hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und hier auch noch so ein bisschen. Dann sammeln wir auch noch so ein paar Blümchen ein dabei. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Ja, gut, kann man machen. Hier vielleicht noch so ein paar schöne Bietchen oder noch so ein paar Blumenfelder. Müssen wir auch noch gucken, wie wir das alles machen. So, mal gucken, ist hier ein bisschen Zuckerrohr gewachsen. Okay, noch nicht, aber Zuckerrohr braucht doch immer so ein bisschen fürs Wachsen. Braucht immer. So, aber ich kann nochmal so ein bisschen was ablegen. Und ich kann nochmal schauen, ob ich so ein bisschen Steinziegel habe. So, aber das hier kommt dann erstmal rein. Gut, ich habe vier Steinziegel, ist jetzt aber auch nicht die Welt, aber ich habe ein bisschen Stein. Dann würde ich mir erst mal so ein paar Steinziegeltreppen machen, weil ich hatte ja noch so ein bisschen was vor. Ja, weil ich wollte ja das Dach an den Seiten noch so ein bisschen mit Steinziegeln machen. Das haben wir hier schon gemacht, aber da haben wir es noch nicht gemacht. Das würde ich auch mal eben machen. So, dann kommt das ja erstmal weg und das ersetzen wir dann einfach durch Steinziegel. Dann haben wir auch so ein bisschen Varianz. So, wird erstmal hier alles weggeräumt. Und dann einfach ersetzt. So, das mache ich jetzt nicht alles auf einmal, sondern das können wir einfach nach und nach machen. Dann ist es auch nicht allzu langweilig. Okay, hier bräuchte ich ja dann einen Slap. So einen Steinziegelslap. So, mal gucken. Habe ich hier noch Slaps? Irgendwelche Steinziegelslaps? Okay, hier hätten wir noch eine glatte Steinstufe. Ja gut, sehe ich jetzt hier nicht, aber vielleicht haben wir im Ofen noch ein bisschen was. Genau, im Ofen haben wir noch ein bisschen Stein. Und dann mache ich mir nochmal so ein paar Slaps vielleicht. So eine Steinziegelstufe. Oder zwei. So, und die kann man natürlich auch dann hier oben platzieren. So, kommt erstmal hin. Und von der Innenseite muss das Ganze natürlich auch gemacht werden. So, die Erde, die reiße ich natürlich hier dann weg. Wird dann hier alles mitgenommen. Genau, und da kommt natürlich die Innenseite auch mal ran. Und natürlich hier bei sehr dramatischer Musik. Weil das passt ja auch zum Dachbau. So, der Dachbau, der ist einfach so lebensbejahend. Da kann man sich auch mal solche Musik dazu anhören. So, und das hier kommt auch mal eben weg. So, und dann wird das hier mal angebracht. Was haben wir denn in der Mitte? Da haben wir doch, glaube ich, auch einen Slap. Okay, ah Mist, da haben wir einen ganzen Block. Und den habe ich jetzt auch nicht. Dann würde ich jetzt halt so einen ganzen Block machen. So, ein bisschen Stein haben wir ja noch. So, ein paar von denen erstmal gemacht. Und dann kommt da einfach einer in die Mitte rein. So, und das wird auch mal hier weggerissen. Und dann komme ich da jetzt hoffentlich mal ran. Genau, und der kommt da in die Mitte rein. Und dann haben wir es jedenfalls auf der Seite gemacht. So, die restlichen Lücke werden natürlich auch hier eingesammelt. Ja, und dann kann man sich nochmal angucken, wie das Ganze aussieht. Ja, sieht schon ein bisschen schöner aus. Genau, und auf der anderen Seite muss das gleiche Spiel natürlich auch gemacht werden. So, haben wir dann auch die Baumaterialien dafür. Gut, hier einen Slap, den haben wir, den brauchen wir ja auch später noch. Dann würde ich mich erstmal hier nach oben bauen. So, und dann wird es hier auch auf der Seite mal ersetzt. So, aber ich muss es nicht beeilen, weil die Sonne geht ja auch gerade unter. Da darf ich jetzt auch nicht allzu viel Zeit verplimpern. So, hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. So, dann hier noch die Stufe hin und dann auch nochmal von der anderen Seite. So, hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Alte Dachbau ist auch einfach das Beste, einfach das Spannendste, was man hier machen kann. Ach, wie gerne baue ich einfach Dächer in meiner Freizeit. So, und hier noch ein bisschen. So, hier komme ich ja einfach so dran. Dann machen wir es einfach mal und dann muss ich mich wieder nach oben bauen. Damit wir dann hier weitermachen können. So, dann kommt das hier immer weg und zack und zack und zack. Und hier auf der Seite kommt das auch nochmal eben weg. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen und dann kommt natürlich auch ein voller Block hier hin. So, haben wir das eben mal hier abgeschlossen. Dann kommt wieder hier die Erde weg. Ja, und hier bei der Dämmerung sieht man ja auch, wie schön die Laternen die ganze Umgebung hier beleuchten. Kann man schon anbieten. Kann man schon so machen eigentlich. So, mal mit dem Brunnen. Also mit dem Brunnen bin ich ja wie gesagt nicht so sehr zufrieden. Den würde ich glaube ich ein bisschen anders machen. Den finde ich jetzt nicht so schön. Vielleicht wenn man den hier so ein bisschen variiert. Wenn man da halt so verschiedene Arten von Slaps nimmt. Vielleicht sieht das dann ein bisschen schöner aus. Aber mit den Laternen, das kann man euch auf jeden Fall anbieten, würde ich sagen. Ich denke, das kann man schon ganz gut machen. So, und dann würde ich erstmal hier schlafen gehen, auch mit den schönen Bücherregalen. Denn so schlafen gebildete Leute, gebildete Leute, schlafen mit Büchern auf der rechten und linken Seite. So macht man es einfach. Das ist einfach der Lifestyle. Ja, also die coolen Leute, die sagen ja auch nicht Lifestyle. Die coolen Leute sagen Lifestyle natürlich auch. So, und mit der coolsten Aussprache. Die ist natürlich auch hier jedes Mal am Start. Habe ich eigentlich noch ein bisschen Schwarzeichenholzbritter. Gut, nur ein Stück, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Wo habe ich denn noch mehr davon? Okay, hier hätte ich noch ein bisschen mehr. Ich schaue mal. Ich dachte, ich hätte mehr davon, von den Schwarzeichenholzbrittern. Gut, hier haben wir noch ein bisschen was. Weil dann kann ich ja mal anfangen, hier das zu ersetzen. Ach Mist, da hatten wir einen Enderman. Wie kommt der eigentlich hier rein? Hier ist doch schon ausgeleuchtet. Der dürfte ja eigentlich gar nicht spawnen. So, aber dann ersetzen wir das ganze Spiel. Wie mal eben. So, weil es muss ja auch hier einheitlich sein. Das sieht es hier genauso aus, wie auf der anderen Seite. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber ich mache jetzt nicht alles in dieser Aufnahme, weil ich werde die Aufnahme auch gleich beenden. So, das kann man ja auch mal rausreißen. Machen wir einfach mal. Und hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Und hier auch noch so ein bisschen. So, dann kann ich auch gleich in der Küche das ganze Holz noch aufsammeln. Also soll natürlich auch hier nichts verschwendet werden. Und hier noch so ein bisschen, und hier noch so ein bisschen. Hier konnte ich auch noch so Teppich reinmachen. Vielleicht so Teppichboden. Die ist ja vielleicht auch mal ganz nett. So, ich sammle mal da unten das ganze Holz ein. So, für die Küche muss ich mir auch noch mal irgendwas überlegen. Vielleicht mit so Esstischen. Oder so ein Esszimmer. Vielleicht hier könnte man so ein Esszimmer machen. Auch hier mit dem Plattenspieler. Dann kann man auch Musik hören beim Essen. Kann man ja auch ganz gut machen. So, aber das hier wird mal eben eingesammelt. Ja, und ich glaube, da würde ich auch mal langsam hier zum Ende der Aufnahme kommen. Aber weißt du was? Die ganze Reihe hier, die mache ich nochmal eben. So, aber dann beende ich auch mal wirklich die Aufnahme. So, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Und auch hier noch so ein bisschen. Und hier noch so ein bisschen. So, und den Rest, den sammle ich dann auch mal eben gleich ein. So, hier noch so ein bisschen, und hier noch so ein bisschen. Ja gut, und dann würde ich sagen, dann komme ich mal zum Ende der Aufnahme. Dann auf jeden Fall, vielen Dank fürs Beiseite, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Damit auf Wiedersehen, schau und tschüss. Bis zum nächsten Mal.